Ja, grusel, grusel. Grusel, grusel. Okay, damit ein Happy Halloween an alle da draußen. Das war nicht ich, das war auch nicht der Wind. Der Wind, der Wind. Das himmlische, was weiß ich, egal. Ich garantiere für nichts. Also absolutes Profi-Play heute und mal gucken. Ich hoffe, es ist alles... Es haut alles hin mit den Sounds, mit dem Zeug halt. Ja. Kleiner, machen wir noch bei mir, bei mir puffert es schon wieder. Das ist super. Das klingt schon gut. Wir haben seit Ewigkeit mal wieder Dead by Daylight. Yay! Ich glaube, es gab es seit einem Jahr gar nicht mehr bei mir, wenn überhaupt. Ich muss mal gucken, dass ich am Ende nicht zu dunkel werde, weil mit Dings sah ich immer noch ganz cool aus. Ich spiele noch ein bisschen mit dem Licht rum. Ich wollte nicht großartig reinhauen, das ist dann zu viel. Mhm. Ah, jetzt habe ich Spiel gestartet. Ich habe, glaube ich, den Sound noch nicht umgestellt. Das heißt, wir werden keinen Sound haben. Alles von vorne. Grusel, wie geht es dir denn so? Eine halbe Stunde eher Schluss. Ist doch schön, oder? Oh, ja. So, muss alles nacharbeiten. Lass mal. Den Bildschirm testen, ob da überhaupt noch was kommt. Ah, hat sie ihn. Könnte man ja noch zeigen. Ja, man sieht alle. Man hört nur nischt. Kann man die eventuell skippen? Ja, aber ich zeige die immer noch. Oh, jetzt habe ich sie noch geskippt. Weil ich mich rausgepackt habe. Voll blöd. Mano. Okay, die war jedenfalls sehr eklig. Muss man nicht gesehen haben. Ach, guck, bei mir. Bei mir sieht man es ohne Ton. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ich töte mal das Spiel noch ein bisschen. Sö. Hm, lecker. Es könnte laut sein über mein Headset, weil es ist ein Fernseher ziemlich. Oh, die Quatsch. Laut spreche sie nicht laut. So, Eule macht gleich mit im Discord. Ah. Cool. Weil wir sind jetzt eigentlich auch bereit, endlich loszulegen. gefasst. Da macht nämlich die Sunksteile mit. Wie gesagt, bei mir ist so, 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 so. Lautloser. Ja. Lautloses Intro. Das ist heute schon. Oh, mein SQL. Okay, ist doch eigentlich cool, oder? Und in zwei Wochen. Ja. Kommt dann der zweite Teil der Schulung. Oder magst du wieder nicht von Leuten sprechen? Das ist auch wieder. Das würde ich denn alles nicht machen, das. Also, die Sunk-Eule macht heute mit, nur ganz kurz noch als quasi Ausgleich, weil wir Kack-Noobs sind. Ja, sie ist so der Pro bei uns und, also, ich bin Kack-Noobiger als Anni. So, muss ich schon mal klarzustellen und, ja. Anni ist so ein gutes Mittelmaß zwischen uns. Vielleicht mehr in Richtung mir als zur Sunk-Eule, aber... So, jetzt mach ich's aber Skip-Skip. Okay. Oder auch nicht. Musst du das Spiel jetzt töten? Ja. Warte, du musst so... Ja, ich muss sowieso töten. Quite game. Aber kannst du ja nochmal sagen, Chris, wie lautleise irgendwas nicht stimmt oder so, wenn da was aufhört? Falls Geräusche von mir kommen, dann nur weil... Ja. Eve nicht lau genug ist und es auf... Laue Sprecher umstellen kann! Yay! Ich glaube, ich kann ein bisschen mehr Licht, so... Mehr Licht, direkt aus dem Meer gefischt. Hm. So, jetzt müssen wir nochmal fünf Jahre warten, bis das bei mir funktioniert. Das ist ja Profi-Let's-Play hier. Ja. Profi-Stream. Deswegen steht bei mir immer ein Let's-Fail da. Ach! Ach, ähm, heute kam der erste Trailer von Medieval, falls du das Spiel kennst. Nein. Das ist bestimmt nix. Nein. Ähm, das ist so ein altes PSX-Klassik-Game, was so in die Richtung... ... falls halt von Spyro ging. Ja, jetzt möchte ich dich nochmal... Chala! Hallo! Hallo! Anni! Ja? Du hast doch bestimmt am 30.11. nix vor, ne? Bis jetzt noch nicht, warte mal. Ich hab irgendwie Angst. Ähm, Freutag, ist okay. Was ist da? Ein Zug? Ja, genau. Ist okay. Also, noch weiß ich nicht, ob da doch ein anderer Umzug ist. Da muss ich mal gucken. Nicht, dass sich die Umzüge da alle gegeneinander schubsen, ne? Ah, das ist so ein Umzug. Nein, also das Ding ist, ähm, bei mir ist es nicht viel. Ähm, jedenfalls nicht so viel wie bei Tina. Okay. Ähm, es sind insgesamt, äh, zwei, drei, vier große Teile. Äh, da, also ein Crosser, zwei Fahrräder und ne Gymnastikbank. Äh, und 21 Kartons. Also, es ist fix gemacht. Also, das hört sich schön an, ja. Mach ich gerne mit. Jetzt wissen wir, was Andi alles schleppen möchte. Ja. Und ein Erdgeschoss. Ja, ja, ich weiß. Erdgeschoss. Kann man quasi direkt aus dem Fenster ins Auto schmeißen. Ja, genau. Ja, ich bin da. Ich bin auf einem Bretti. Ich glaub, die anderen Leute kommen erst später, deswegen fangen wir einfach schon mal an zu dritt. Wollt schon schief gehen. Ich hab nix dabei. Äh, achso, ich hab noch gar nix. Noch gar nix vorbereitet hier. Ich auch nicht. Schnell noch irgendwas, schnell. Ähm. Hopp, hopp. Koffer lohnt sich schon. Habt ihr die Fläschchen schon voll? Ich hab noch gar nichts. Ich hab einmal angefangen, hab so ne Pflanze gerade mal gefunden, ja. Und ich hab mich schon gefreut. Okay. Füllen? Was? Ähm, Anni, also im Endeffekt, ähm, musst du die Gens einfach ignorieren, diese Pflanzen suchen und aussaugen. Ähm, meine 60 Flaschen sind schon voll, also ich, ähm, mach dann den Gen-Meister. Okay. Und was bringt das mit den Flaschen? Äh, du kannst dir, ja gut, zeig ich dir gleich in der nächsten Lobby, entweder ein Outfit für Dwight und, äh, oder Clodette kaufen. Achso. Oder, und die anderen 30 Fläschchen sind für Killer. Auch wieder Outfits. Ja. Äh. Du kannst aber auch einzelne Teile kaufen, sag ich jetzt mal, du kaufst das Oberteil vom Geist und, äh, die Waffe vom, vom Doktor und die, keine Ahnung, Maske vom, vom Häschen, das sind jeweils 10. Also bei den Killern kannst du dir die Teile aussuchen, bei, äh, den Survivern kannst du auch aussuchen, ob du zum Beispiel, weiß ich nicht, nur das Oberteil von Dwight nimmst und dafür zwei Teile bei Clodette oder so. Aber ein Teil kostet 10 Fläschchen. Okay, dann ist das schon mal erklärt. Dann macht Eve bestimmt die Generatoren mit, wenn's klappt. Ja. Hast du die Fläschchen auch schon alle voll? Nö, mich interessiert das noch nicht. Ah, okay. Na, ich hab mir gestern zwei Teile vom Geist gekauft und den Kopf vom Doktor. Dwight hab ich auch schon, äh, komplett gekauft, weil Clodette gefiel mir absolut gar nicht. Wo ich mir aber denke, wieso machen sie fünf Outfits für die Killer? Also fünf Killer-Outfits und nur zwei Survivor-Outfits. Weil die Survivor eher gefragt sind einfach. Da wollen sie dir lieber Geld ausgeben lassen bestimmt. Mhm. Es gibt aber keine anderen Outfits. Das ist ja der Witz. Kommt doch. Ich seh's schon, komm, einfach noch DLCs für Outfits. Gibt's nicht eigentlich. Ja. Die gibt's doch eigentlich auch schon. Da gab's doch irgendwann schon was. Ja, klar. Diese 80er-Jahre-Look und sowas. Ja, siehst du. Die Fläschchen. Du kannst aber auch so im Shop Outfits kaufen, ne? Wie, keine Ahnung, näher mit einer Hotpen und einem T-Shirt oder sowas. Ach so, die können auch bei Lust und Laune auch auf Killkiller oder Survivor. Okay, danke groß. Mal gucken. Also, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange das Event noch gilt und ich werd das bestimmt auch nicht schaffen. Bis zweiten? 2. November? So oft wie, wie du spielst. Lena, wenn ich mal wieder spiele, dann wird das so ne ganze Phase werden. Rottenfields. Rottenfields. Oh, ich hab Angst, dass das wieder leckt hot beim Stream. Der Base-DV, der Stream. Oh, und ich bin in Obsession-Glunch. Ich glaub, da ist sogar so'n Ding schon. Fing dich, Michael, ich hab dich gesehen. Ach, nö, oder? Ich mach gleich wieder aus. Oh, nee. Oh, hör doch mal auf damit! Oh, hör doch mal auf damit! Was soll das? Peace, you! Ich lass dich gleich leiser, keine Sorge. Sorry. Achso, du hast ja auch den lustigen Haken da um dich drum rum. Ich bin in einer Shack und in einer Shack ist der Keller. Ich hab'n grad, glaub ich, abgelenkt. Ja, ich seh'n da hinter mir. Ich safte hier weiter an dem Ding dran rum. Meine Ohren! Sofort! Dieses Ekelpekel-Zeugchen noch haben. Bin ich so laut? Du hast grad'n bisschen übersteuert, glaub' ich. Aber ich mach dich leiser, Michael. Oh, okay. Sieht laut, ey. Mein. Er ist grad hinter der Shack am Bagger. Hm, stimmt der da. Nee, er kommt jetzt zu mir. Nein, hör auf mit dem Scheiß! Ich hab' ja auch schon überlegt, ob ich mich nicht irgendwie wirklich verkleiden sollte und mit dem Messer mal auf die Straße gehe. Plastikmesser versteht sich. Ja, ich denk' mir, hey, du bist real und schieß' nicht ab. Na gut, stimmt. In Berlin. Hallo. Wer auch immer du bist. Ich hab' dich nicht mehr. Ich hab' dich nicht mehr. Jupp, ich seh's gerade, mein OBS-Zack. Ey, geht wieder weg. Das Spiel ist zu gut. Es leckt bei mir nur. Da hinten latscht er. Ich hab' ihn noch gesehen. Aber er schlägt auch nicht zu. Gibt's eigentlich immer nur einen von diesen Ekel-Dingen auf der Map? Nee. Äh, ich weiß nicht wie viele. Zwei. Oh. Zwei sind standardmäßig. Äh, eine Blume steht auch hinter der Shack. Ja, die hatte ich. Ah, hier ist aber noch einer hinter der Shack. Andere Seite. Und dann pro geschmissenes... Pro geschmissenes Blume. Da ist er doch! Oh nein! Nein! Oh Gott! Fuck. Ich hasse ihn. Der ist immer noch hinter mir! Ja. Lass mich doch in Ruhe! Ich seh' nicht, wo ich hinrenne. Mist. Alter, was hat der denn alles? Summer Rage, Mangle Light? Ich glaub, ich bin tot. Der muss mich gar nicht hinhängen. Äh. Was, bist du sechs? Ah, okay, und zwei garantiert. Chris kann sich wieder auswählen, die ganze Zeit mal bei Daylight Streams mithängen. Mh. Hallo. Er kommt schon zum Haken zurück. Ah, warte. Ja, ja. Der hat ja schon wieder gesehen. Wuh! Ja, jetzt darfst du rennen. Ich glaub, die sind beschäftigt. Warum ist der schneller als ich? Ist langweilig. Random, kommst du dir? Hm. Das hat leider so gemacht. Oh nein, 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 nicht, nicht, nein! Lauft, lauft! Hm. Ist gleich wieder tot hier. Aber ich glaub, er läuft in Random hinterher. Ah. Zurecht. Ist ein freundlicher Killer quasi. Das ist doch alles gut, Chris. Wenn ich schon nicht streame. Ich hole sie hier runter. Hm. Ach, lauf weg. Oder so. Wie lange ist denn eigentlich dieses, diese ganzen komischen Effekte auf mir drauf? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Heilen jetzt von 12 auf 16 Sekunden hochgesetzt wurde. Ach, kein Wunder, dass ich hier stehe und stehe. Ich weiß, tut mir leid. Das Spiel ist zu gut für mich. Also, das ist zu gut für meinen Stream. Ja. Ich muss das, wenn wir gleich mal rausgehen, ähm, tatsächlich den Stream auf, also dieses Spiel auf, ähm, Auflösung runtersetzen. Okay. Okay. Ich hoffe, dass es bei mir zumindest funktioniert. Also, ich guck mal wieder rein, aber ich seh noch keine groben Legs wie beim letzten Mal. Das freut mich schon mal. Solange es nicht so aussieht wie bei mir, dann ist alles okay. Ach, da läuft schon. Ach, hier ist auch noch so ein Ding, wobei mindestens drei. Ach, hier ist er doch schon wieder. Äh! Wie hat der mich schon wieder gesehen hier? Was gibt's da nicht? Holst du den Random runter? Nö, ich renne mal weg mit dem Michi. Nicht mein Ip. Ja, ich versuch grad hinzugehen, aber ich glaub... Ach so, nee, dann lasse ich jetzt. Er ist... Ich seh grad, wie Ani weggebracht wird. Hm. Scheiß auch nicht. In den Keller. Oh, toll. Oh, sehr schön. Vielleicht wird's laut in Tastatur. Stimmt, ja. Das wird erst bewogen, wenn ich neue Tastatur hab. Ist ja da unten. Nimm mal noch, oder? Äh, Ani, siehst du mich? Äh, wenn du hier gleich vor der Hütte bist quasi? Nee, T-Bäggen. T-Bäggen. Vorne, links von dir. Äh... Hier. Da ist ne Trübe. Ah! Ja, die hab ich, glaub ich, gesehen schon. Da wollte ich eigentlich ganz kurz ran, aber bin noch weitergelaufen. Ich dachte, er ist in der Nähe, und dann war ich wirklich in der Nähe. Der kämpft ja da unten. Oh, Alter. Äh, er kommt zur Scheck zurück. Mhm. Ja, scheiße. Nee, er geht noch links weg, du kannst die holen. Okay. Er geht zum Random. Random. Schnell, bevor ich mich nicht mehr kontrolliert kann. Ja. Eiv, ey. Letzte Sekunde quasi. Er steht oben auf dem, auf dem, äh, Mähdrescher. Och, nö. Der ist mir direkt wieder hinterher. Eiv, hau ab. Ja. Versuch dieses Spiel. Voll weg, voll weg, voll weg, voll weg. Tschüss, Leute. Ist das immer so, dass man in der ersten Runde richtig schön weggesiebelt wird? Danke, Random. Ist ja nicht so, dass du mich vielleicht mal, hätte ich's heilen können oder so. Ist das Anni da hinten? Ja. Ich bin weg. Den alten Schreiben kennst du schon? Ach, war nicht. Tschö, Anni. Oh, oh. Tschö, Mikey. Es sind auch gar nicht so viele Bots mit drin, ist ja irre. Was, was ist, äh, weg. Dafür sind sie alle bei mir. Ja. Oh. Also, also, die Proberunde lief eigentlich besser, muss ich dazu sagen. Ach, das, was wir immer gespielt hatten, oder was? Das war irre. Das war ein... Hier, Random, wollen wir nicht zugucken. Mal hier, Eiv. Äh, ich laufe einfach nur rum und mach nichts. Die Sumpfeule, voll der Profi, sitzt hinterm Stein und macht's nichts. Ach. Ja, der Random lief gerade, deswegen. Oh, oh. Was dann? Ah, der Random wird dazu aufgefolgt. Achso. Der Random. Es ist immer der. Ich glaube auch nicht. Das ist doch ein Gin, links von dir. Ah, nein, geradeaus, Eiv. Ach, da. Hä? Ach, da. Was die andere macht? Er wird, glaube ich, nicht mehr verfolgt. Nee. Ach, Alter, was soll ich mit ner fucking Taschenlampe? Yes. Hier ihre Profi-Skills, ne? Wer? Nee, ich bin Eiv. Was war? In der Probe-Runde noch alles... Oh, shit. ...hochgejagt und... Jetzt einfach mal, great skill-check. Da war so zu gierig, die Eiv. Ja. Oh, oh. Ich bin immer gierig. Pretty Eiv. Neee. Was war das dann? Ausgewichen. Nein. Zum Knie zu nicht. Ja, bei dir leckt es aber auch... Also, ist auch nicht gerade flüssig. Ja, das ist jetzt gerade beim... Über... Beim Zuschauen ist es irgendwie viel schlimmer geworden, habe ich auch das Gefühl. Oh, shit. Man! Ja, kommt von der! Ja, oh my god! Ja, la, 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 la! Geh weg! Das ist ja nicht schlimm. Ich wollte die Seelen nur noch fliegen. Gib mich auf! Tu es! Tschüss! Wie tschüss? Wie tschüss? Ja. Ja, tot. Achso. Random hat mich in Phase 2 runtergeholt. Ah. Profis. Begeistert. Ach, okay. Jetzt sind doch noch Random und ich da, oder was? Ja, guck. Die spielen so vorsichtig. Er wird sie einfach nie finden. Das Dumme ist, ich weiß nicht, wo Generatoren sind. Ja, immer quasi nach oben gucken. So über die Dinger drüber, über das Maisfeld. Das, was ja zum Beispiel leuchtet, ist ja auch ein Generator, der an ist. Und du musst jetzt quasi nach sowas gucken, nur ohne Licht. Ah, okay. Okay. Random wird verfolgt. Ah. Ich suche. Ach, da. Ich glaube, der darf auch nicht nochmal hängen, oder? Doch. Der, einmal noch. Also wäre jetzt Phase 2, wenn er hängt. Okay. Das sah fast genauso gut aus wie mich. Oh, oh. Jetzt hängt er. Jetzt müsste ich da hingehen, ne? Ja. Ja. Du könntest dich ja leise, langsam, vorsichtig durchschleichen. Oh. Oh. Ja, jetzt kannst du auch einfach... Kannst du schon die Luke finden? Nach zwei Generatoren? Dann darfst du jetzt durch die Gegend schleichen. Da, da ist irgendwas. Oh, Luke. Luke. Oh, shit. Das ist ein Zweiki. Hello. Das ist der Typ mit dem Messer. Den darfst du nicht suchen. Nee. Auf, 1, 2, 3. Klatsch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh doch. Hey, der tut ja gar nichts. Was geht mit ihm? Da war die Luke. Rechts, rechts. Nein. Was? Was rechts? Da war es. Was ist die Luke? Was denn? Wo denn? Irgendwo da? Die hörst du? Das war so ein leises... Ja, genau. Wie so ein... Los, versuch runter zu springen. Du schaffst das doch schnell. Nee, kann sie ja nicht. Sind alle weg. Ach, Mann. Ich hätte immer gedacht, die letzten Sekunden noch... Oh, ist das fieber, ey. Oh, der nickt, Alter. Alter, geh nach Hause, Mikey. Geh einfach nach Hause. Du bist nicht mehr so cool. Du warst noch nie cool. Oder zieh dein T-Shirt aus. Aber ist das süßes von den ganzen Jungs, ne? Ah, das war... Profi-Runde zum Einsteigen, würde ich sagen. Ah, ey, ich hab am nächsten durchgehört. Yay! Nein, das will kein Store. Nee, pull, ne? Nicht put, pull. Egal. Da, T-Shirt ausziehen. Ja, pull auf. Pull your... Put your shirt out. Ah, wenn Ilka wieder ihr Ding nicht rausholt, ey. Ach, Gott. Level 2! Eieiei. Vielleicht sollte ich aber auch mal mit anderen Leuten spielen. Ich nehm deine Einladung gleich an. Ich mach nur schnell die Auflösung ein bisschen runter. Gibt's nicht blind. Was hat man denn eigentlich dabei, so? Nix, was einem hilft. Ist das nicht immer schön? Hallo? Hallo? Was ist los? Hallo? Was ist los? Nee, ich bin gerade ausgeflogen. Items. Naja. Nee, ich hatte gerade gesagt, äh, kommen noch zwei Leute hier zum Anfassen. Uh, zum Anfassen. Touch, touch. Ja. Tina kommt noch. Mein Nachbar kommt noch. So viel, so viel da hier. Ich mein, ganz viele Leute wie bei ihr brauchen wir nicht, weil so viel im Gesamt hab ich. Ja, und ich weiß nicht, eigentlich wollte noch jemand anders mitmachen, aber der kann auch nicht. Hallo, gate! Was gate? Ich kann nicht aufhören damit, es tut mir leid. Äh. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht mehr so bescheuert. Flop, flop. Ja, könnte sein, dass es noch schlimmer wird. Mit dem Ping. Ah, und ne Freundin fängt noch mit an. Äh, fängt noch mit an. Also, wir wären fünf Leute für das bisschen. Ja, ist ja geil. Und da, ja, ich weiß, dabei wollte ich ja. Aber es geht. Kommt zum Fluss, gate. Es kommt im Fluss. Ich kann den Fluss nicht aufhalten. Ah ja, warte, ich zeig dir mal eben hier. Das wäre das Outfit für Dwight. Sieht ja echt schon fast gut aus. Ja. Dafür, wie er sonst so rumrennt. Ich find den Pumpkin süß. Der Lord nur stimmt. Die hätte ich viel gern als Kopf, muss ich sagen. Warum haben die jetzt keinen Halloween-Killer rausgebracht? So, äh, diesen kleinen Jungen aus Trick or Treat. Die sind Körpiskopfjungen. Oh, mich gleich Chucky. Chucky ist ja einleitig. Körpiskopfjungen ist doch cool. Ja, ich glaub, bei Chucky wird's aber auch wieder schwierig mit den Rechten. Hm. Hm. Anstatt die einfach mal ihr Hirn nutzen und sich selber was ausdenken. Das wäre auch nicht lustig genug. Oder Horror genug. Ja. Ich bräuchte eigentlich nur bei From Software, die sich die Ideen holen, dann schreist du da wirklich rum. Aber ist der Clown nicht relativ ausgedacht gewesen? Ich mein, das ist halt ein scheiß Clown, aber... Der wird am Pool geschmeißt. Ich denk mal, der ist aber schon angelehnt an, äh... Pennywise? Ja. Äh. Äh. Gibt's irgendwelche neuen Killer, die ich noch nicht hatte, die ich, äh, vorspoilern kann? Ja. Diese komische Hexe hatte ich auch noch nicht. Diese neue. Spirit. Meinst du Spirit? Ich glaub schon. Die sich porten kann? Die mit dem Sammereischwert? Genau. Ich wusste nicht, dass sie ein Schwert hat. Das ist der Geist. Nee, das Gespenst. Genau. Sie ist das Gespenst. Sagt Spirit ja aus, der Name. Spirit ist ja eine... Also, auf Englisch. Gespenst. Ähm. Pennywise ist es. Gate. Entschuldigung. Aber indirekt ist der Clown ausgedacht, ja. Aha. Nein, ich meinte Penny... Ja, Pennywise ist aber der Clown aus S. Meine ich halt. Weil Gate meinte, ähm, nicht wirklich, er ist angelehnt an S. Ja. S. Pennywise. Ach, egal. Ja, hatte ich ja gerade gesagt, dass es angelehnt ist an ihn, ne? Ja, ja. Nur angelehnt. Jetzt ist die Frage, wo die Leute bleiben. Da ist er doch. Ist das Halloween? Warum spielt denn keiner? Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, den, äh, Multi-Twitch-Link einzubinden. Ach, egal. Ah, hast du dir jetzt auch ein Twitch-Konto gemacht? Ich habe schon länger ein Twitch-Konto. Achso. Ich habe... Heißt du leider noch Cruel Eve? Ja, heiß ich auch. Dann müssen wir doch mal fix gucken. Ich glaube, ich werde mal den Link... Ah, ich kann mal den Balls nicht rausmachen. Nee, ich habe Twitch auf dem Handy. Nein, ich meinte, ich muss diesen Multi... Also, ich muss meinen Chat da ein bisschen... Stream Elements. Mein Bot sagen, dass er... Meine hat gerade ganz zufällig den Multi-Twitch-Link rausgewornt. Ganz zufällig. Ja, ganz zufällig. Deswegen sage ich ja... Habe ich mich ja daran erinnert. Hm, warte mal, hast du deinen an? Naja, meine hast du... Nein, ich meinte mich. Hast du deinen an, Eve? Hast du deinen angemacht? Oh, immer diese Werbung, ne? Ja. Also, ich habe heute wirklich gelesen, man soll tatsächlich als Abonnent nicht immer Werbung haben. Ich glaube dem Ganzen noch nicht, aber es sollte möglich sein, glaube ich. Theoretisch. Sollte ich keine Abonnent bin. Werbung hat. Ja. Ja, danke, Sompfeil fürs Followern. Würde gerne. So macht man wieder Follower. Ja. Ich hatte ja tatsächlich beim Stardew Valley Stream die 69 geknackt. Ah, schön. Also, ich hatte 69 Follower. Und dann kam die 70. Ja. Alles ruiniert. Guckst du den Stardew Valley Stream nochmal durch? Ja, irgendwann war ich. Ich muss ja den letzten Order durchgucken. Wollen wir eine neue Lobby probieren? Ja, ich habe auch gerade überlegt. Das ist irgendwie sinnlos hier. Hast du nicht gesagt, da wollten einige mitkommen? Ja, ich habe auch gerade noch nachgefragt. Oh, der arme Killer. So. Ich habe nochmal angefixt. Spiel jetzt mit, verdammt nochmal. Ja, was war das? Tina, los. Äh. Ist ja blöd, wenn die Leute sich immer alle abwesend so anzeigen. Hm. Aber das ist... Den ganzen Tag. Ach, da schämt sich jemand mit der Stimme. Tina. Du hast doch keine Kinderstimme. Außerdem willst du doch selber mal wieder streamen. Komm. Die Chance. Das ist der gute Einstieg. Tina wollte doch anfangen und streamen. Ja, eben. Deswegen dachte ich ja auch. Was, ich habe, glaube ich gestern überlegt, wie lange ich schon wieder streame. Also, ja klar, seit Anfang des Jahres wieder, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber überlegen, wenn ich umgezogen bin, ob ich auch damit anfange. Hallo. Einfach nur für die... Hallo. Ja, ich finde, wir müssen einfach alles streamen, ne? Und das jeden Tag, den ganzen Tag. Und... Oh, ja. Gibt ihr schon noch ein bisschen... weise? Na, ich muss Tina mal lauter machen. So. Nein, mach mich leiser. Der eine macht mich lauter. Nein! Tina! Ja, passt gut. Hä? Wieso hat das jetzt gestartet? Nein! Das wollte ich nicht. Was gestartet? Gleich nochmal raus. Na, Anni muss nochmal eine neue, glaube ich, aufmachen. Wieso ging das jetzt instant? Ich habe keine Ahnung. Die kommen sich bestimmt noch verarscht vor. Drei kommen rein, zack, drei wieder draußen. So muss es sein. Wirst du das halt so lange warten lassen immer? So. Eins, zwei, drei. Seit wann spielst du wieder dbd? Wie war's? Bitte anschließen? Seit wann du wieder... Seit wann wie du wieder dbd spielst? Effektiv seit... Ich glaube, Samstag habe ich es mal wieder probiert und heute. Oh, okay. Oh, das braucht gleich alles viel länger hier. Das Outfit zum Beispiel, was Tina anhat, ne? Das kannst du auch kaufen. Ah, okay. Aber halt nur über diese tollen, äh... Ne, über Blutsplitter kannst du das kaufen oder über Aura-Zell. Ja. Blutsplitter habe ich eigentlich auch mehr als genug. Äh, schildernden Scherben so. Das sind das nicht die Dinge? Ach nee, oder Auric Cells. Ach doch, genau. Die schildernden Scherben sind da die Blutsteinchen, was auch mal. Ja, aber 2400, wie du die hast, das ist nicht viel. Nö. Musst du, glaube ich, schon so an die 10 Level machen? Ja. Macht man irgendwann mal. Also es kommt halt aufs Outfit drauf an. Manche kosten halt wirklich nur so 900 Splitter. Aber so ein Großteil ist halt schon so 1500, 2500, 4500. Für ein Teil. Was ist denn das überhaupt? Tina, wann feiern wir denn deinen 16. Geburtstag? Ja. So kittlich hört sie sich eigentlich gar nicht an. Ne, tut sie auch nicht. Nur wenn sie ihre Quietschestimme rausholt. Gar nicht. Dieses... Weißt du, wenn ich mit meinem kleinen Schnippe ruhe bin? Okay. Wenn sie ihre 5 Minuten hat. Ich hoffe, die sind bald rum. Wieso, wenn Tina das im... Ich rede mit meinem Hund immer so. Wenn Tina das im Stream machen würde, die hat sofort 100 Follower. Wenn sie dann noch die Tennissocken in die Haarstropfei... Ich wollte gerade sagen. Dann am besten noch 2 Zuckchen machen. Ja, wir sind eine lustige, wachliche Runde. Oh Gott. Und dann sowas wie... Oh mein Gott. I'm so lost. Könnten wir helfen? Oh mein Gott. Ich hab keine Munition mehr. Was soll ich tun? Nachladen. Einfach nachladen. Ne, es gibt doch von Counter-Strike dieses eine Video. Wenn ein Mädchen bei Counter-Strike keine Munition mehr hatte. Stehen da irgendwie so 20 Spieler und schmeißen die Munition hin. Leute, ich brauch Muni. Ein Haufen, ein Berg. Kann man jemanden sagen, wie das Spiel geht? Ich finde Halloween-Events scheiße, nur zur Info. Okay. Weil? Äh, erstens, die ganzen Events, die wir es jetzt waren, da musstest du immer Gents machen, hast du das Bonus-Objekt bekommen. Hier musst du eine Blüte anzapfen, melken, aussaugen, wie auch immer. Ernst. Ich hab's auch gesagt. Aussaugen. Ich glaube, das mit dem Pieps, ich hab's jetzt auch erledigt. Ich glaub, wir sind jetzt alle wieder vernünftig. Chris hat Angst. Oh Gott sei Dank. Es braucht halt einfach ewig, weil, wenn alle Survivor einfach nur nach den Blumen gehen, der Killer braucht nicht mal Ruin oder Ternatophobie mitzunehmen, weil die ersten paar Minuten... Okay, wer ist es? Der Geist. Okay. Der kann mir erst nix. Nix. Die ersten paar Minuten werden eh keine Gents gemacht, weil alle Survivor nach den Pflanzen hinterherrennen, weißt du? Ja. Und dann gibt es mich, die... Ähm, das Ding ist aber... Wann? Wann darf mich? Wenn du, ähm... Die Pflanzen zu dritt oder zu viert kannst du dir machen. Ja. Dann geht das viel schneller. Das raffen die meisten noch nicht. Die setzen sich da hin und eine Blume dauert fast genauso lange wie Jen. Ja, eben. Ich krieg die nicht los. Oh nein, hier. Dafür hab ich den ersten Jen gleich fertig. Na immerhin. Andershalb. Oh Mist, hier ist der Miner, die schon mal angefangen hatte. Sorry. Alles gut. Ist der hier? Kommt dir aber nicht nach, komm her. Oh, was ist er? Nein, spiel. Komm, mach mit. Ah, ich bin dann mal weg, nur. Viel Spaß. Oh Gott, ey. Ich bin jetzt schon draußen. Bin ich schon draußen? Ich kann eine Map lesen. Super. Hast du was gewonnen? Wow. Ich glaub, er läuft hier nicht mehr hinterher, oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich heile mich jetzt erstmal ganz dreist. Alter, aus dem Nix. Oh. Oh. Aua. Hör auf. Geh weg. Yife wird vergewaltigt. Mal wieder. Ich hab ihn aber... Er hat mich verloren. Oh Gott, ey. Der ist irgendwie richtig betrachtet, wie er aussieht. Ich hab das noch nie gesehen, diesen Skin. Ah. Das Ding ist unsichtbar. Ja. Entschuldigung. Manchmal tut er das. Kommt nicht oft vor, aber... Deswegen heißt er der Geist. Ab und zu können die sich unsichtbar machen. Das eigentlich immer. Ja, der Geist schon. Ah. Alter, schreibt die. Wen hast du? Ich hab glückert. Shit, er ist bei mir. Okay, dann geh ich runter. Ja, nerv doch nicht, du Spastmann. Alter, da blockt der Wichser mich. Runter. Tut mir leid für die Wortwahl. Dein Schöner ist ja ab 18, ne? Ist alles ab 18, alles gut. Ist die vorbereitet. Auf nicht weg! Auf nicht weg! Hallo. Warte. Warte, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Kannst du dann mitten nach oben kommen? Ich weiß da, wo er steht. Ähm. Ich konnte dich gerade nicht heilen. Okay, ich glaub, er kommt auch mal gerade in unsere Richtung. Ja! No, warum nicht? Warum nicht, du blöder... Ich bin einfach entgegengerannt. Ist hier oben noch einer? Oben, ja. Da, wo wir gerade hingefallen sind. Kann ich nicht einen dieser Kriegspositionen, diesen Jen machen? Ich hatte gerade eine Kiste gesehen. Ach, so, du wolltest... Oh, sorry. Schöne Gott. Alles gut, aber ich wollte hier noch eine Kiste lösen. Der ist da rumgerannt, ey. Oder war die... die war unten? Also, falls mich jemand sucht, ich liege vor einem Jen. Ja, ne, ich hab ja auch schon eine angefangen. Ist da eine Kiste denn hier? Äh, ich hatte eine Kiste hier, ja. Ach, ich hab eine... Das hab ich noch nicht aufgehoben. Sag mal Bescheid, wenn du Feuerwehr bist. Mhm. Ich komm auch gerade... Ja, der ist bei mir. Der ist bei mir. Ja, 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 ja. Oh, da hat ein bisschen... Ich war fast fertig, du blöder Sack. Hätte ja eh nicht gereicht, ne? Nee, ich weiß, aber... Wo bringst du mich denn jetzt hin? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ach, warum wickel ich eigentlich nicht? Ja. Weil man es eh nicht schafft. Man schafft es eh nicht. Ganz einfach. Ja, gut, nicht auf der Map schon. Ich hab noch nie den Map erlebt, wo ich es geschafft hab. Früher, ja. Früher. Meine Tatsche! Meine Tatsche! Meine Tatsche! Meine Tatsche! Die Tatsche rutscht weg! Ich wickel nicht! So denn hin? Ha! Geschafft! Tschüss, geh weg! Geh weg! Keine bösen Wörter. Ja, wir versuchen drauf zu achten, aber du weißt doch, wie das ist immer im... Spielfluss und so. Blöder... Wer sagt keine bösen Wörter? Grüß. Das ist ein bisschen Smacker. Dann soll der mal das Spiel spielen. Hä? Wieso ist er jetzt hinter mir auf einmal? Ey, psiu, psiu, psiu. Ja, er hat mich liegen lassen. Ich komme. Oh Gott, ey. Ja, ich muss mal woanders mit ihm hinrennen. Ich dachte ja, dass es hier hoch geht. Bei mir geht's hoch. Ich hab jetzt hier sitzen, ist mir egal. Nimm das. Unsichtbarer Geist. Stun. Ja. Ich dachte, ich seh ihn nicht. Oh, Mann, ey. Janice, ein Drittel. Ich versteck mich jetzt beim Eingangstor. Ich bin beim Eingangstor. Bisschen aufgeregt. Janice, halb. Entschuldigung. Alles gut. Komm mal hier. Ah! Geh weg. Geh weg. Aber halt doch, Mann. Wenn ihr durchkommt, bin ich auch glücklich. Jetzt geht doch mal weg. Wie lange noch? Nicht mehr lange. Hast du Adrenalin? Gut, ich steh direkt vom Tor. Nee, Adrenalin hab ich gar nicht dabei. Siehste. Ach, shit. 90 Prozent. Drei, zwei, eins, an. Der wird direkt herkommen. Mach das auf und versuch dann rumzurennen, um Yves zu holen, wenn es noch keiner getan hat. Ja, ich bin hier in der Nähe, aber der Geist war einfach noch hier. Ich mach den Ausgang auf. Ja, ich den anderen. Oh nein, er ist hier. Okay. Dann heil ich dich. Komm mal mit hoch. Komm gleich raus, komm gleich raus, komm gleich raus. Ich lauf mit ihm runter. Ja. Moment, wo sag ich die überhaupt? Wenn er jetzt nöt hat. Ich hätte mich auch geopfert, so ist es nicht. Hä? Muss man doch nicht. Leute, ist der Ausgang bei euch auf? Ja. Ich käme mit Besuch, also lauft. Okay. Oh ja. Mal gucken, wann die kommen. Hallo. Hallo. Wie ist er da rein? Ach, ist hier. Hier. Hallo. Hallo. Alle raus, alle raus, alle raus. Mama. Mama. Ich hab Angst. Mama. Ah, da hat mir noch eine gegeben. Nee. So, ist doch schön. Der hat mir noch eine gegeben. Der mochte dich irgendwie nicht. Yves, das ist Geschenk gewesen. Du musst das immer positiv sehen. Ja, der klopft auf die Schulter, weil dann, äh, du hast es, der herzlichen Glückwunsch oder sowas. Oh, der war a little bit pissed. Mmh. Mmh. Gleich gelieft, oder was? Ja. Ja. Oh. Der ist alles schön. Guck mal hier, Rang plus 1. Ja. Oh, 12.000. Knappe 13.000, platt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt reinstecken soll. Wo du was reinstecken sollst? Die ganzen Punkte. Oh. Oh. Retouch that. So. Erstmal upgraden. Ich bräuchte eigentlich schon ein paar andere Pirk's mit ihr noch. Chris hat das Spiel schon gespielt. Ja, der mag's nicht. Was blöd ist. Kann ich komplett verstehen. Habt ihr die Fiolen schon voll? Nee. Echt jetzt? Alle 60? Jo. Alter. Was haben sie hier viel geholt? Und die ersten 30 hatte ich, äh, als das, an dem Wochenende, wo das Event angefangen hat. Ich wusste nicht mal, dass sie in ein Event kommt und dann, äh, Event kommt heute, bla bla, hä, was für ein Event. Und um 20 Uhr kam dann das Update, hab ich dann gemacht und dann hatte ich am ersten Abend zehn Flaschen voll und Samstag hatte ich dann meine anderen 20. Und die anderen 30 habe ich jetzt innerhalb von, warte mal, was haben wir heute Mittwoch, von Sonntag bis heute gesammelt. Nee, bis gestern. Bis gestern Abend, ja. Äh, ich hab mir zwei Teile vom Geist geholt, den Kopf vom Doktor und das Dwight Outfit. Ich hab'n roten Ding. Ah, ja genau, den, den Geist war ich auch. Grün? Äh, gelben? Ja, ist wieder runtergegangen. Ja, geht gerade. Gelb. Gerade so noch. Braucht. Und jetzt grün. Gelb. Grün. Gelb. Da, das ist mein Dwight. Ach willst du, du musst das auch nicht mehr spielen, keine Sorge, du musst nur noch zugucken. Ja, ist okay. Und was ist CO? Was ist CO? Ja, äh, spielt Total War und, äh, Total War und... Ja und Co. Also sowas wie Civilization noch und sowas. Das Ding hab' ich auch noch nicht gesehen. Was ist denn das jetzt genau? Mann. Diese extra fancy Dinger, die sie mit reinschmeißen. Hä? Ja, dieses orangene Zeugs. Das ist das für, ach, das ist das Event-Ding? Ja, das ist die Pustelblume. Achso, also noch ne Pustelblume mehr und was macht die noch so? Äh, ein Event-Haken mehr. Und es gibt, äh, mehr Punkte für den, den er bleibt. 4.000 Punkte, genau. Okay. Aber unabhängig, ob du sie aussaugst oder ob's ein anderer macht, du kriegst die 4.000 Punkte so oder so. Deswegen schmeiß ich ja die ganze Zeit Blumen, krieg ich übrigens Blutpunkte. Ich krieg die Blumen gar nicht. Ja, die Blumen krieg ich nicht, aber die habt ihr ja dann. Ja, ich bin doch die Dinger zum Schmeißen schon nicht. Aber wie gesagt, man muss halt, äh, entscheiden. Entweder Gents machen oder Blume. Und, äh, wir haben halt nur Blumen durchgezogen. Also wir sind aus keiner Runde lebend rausgekommen, weil entweder machst du die Blumen oder die Gents. Ach man. Das find ich halt mega nervig, weißt du, dass du dich entscheiden musst zwischen dem Event oder den Generatoren. Weil in jedem anderen Event war's halt immer so, dass du das Event gemacht hast, während du den Generator gemacht hast. Die neue Map. Ich freu mich. Ich war ja noch nie. Ich geh mich erst mal hier Sightseeing machen, ne. Ich komm dann irgendwann wieder. Alter, das Bambuszeug ist voll hübsch. Oh, ich glaub, der Killer kommt zu mir. Mit dem, auf der Plattform. Oh. Keine Ahnung, ich hab den Gen verkackt. Hübsch. Hier könnte ich leben. Auch mit Geist. Die neue Map, die haben sie richtig cool gemacht. Ach, da riecht sie doch schon. Wer denn? Irgendwas Unsichtbares. Also der Geist wieder? Ja. Ich bin Clouette und ich bin mitten im Gras. Geh weg. Guck, die ist jetzt nicht weg. Ihr könnt übrigens ein... Irgendwas hier. Hier ist der Kram. ...ne Errungenschaft bekommen, wenn ihr den Gen in dem Haus macht. In dem Haus? In dem... Ah, okay. In dem Haus. In dem großen Haus. Genau. Und überleben. Und überleben. Ja. Wer kramt da in meiner Truhe rum? Was? Oh, shit. Ich... Oh, shit. Baut nichts zu sehen. Nein, ich hab grad nicht aufgepasst und Space zu früh gedrückt. Nehme ich mir den Gen nochmal vor. Wo ist der denn? Bewegt der sich... Ja, der ist bei mir. Das wieder derselbe ist? Der ist dann erscheckt, mit zur Info. Geh ich mal wieder weiter. Du bleib da sitzen, ich komm gleich zu dir. Ah, warte, Katze, hallo. Jetzt kannst du mich nicht an Dingsen, geht nicht. Äh. Äh. Der ist wieder weg. Sie steht direkt von dem blöden Bappen-Ding. Jetzt geh, weg. Da. Wieso willst du nicht gehen? Du bist so unkooperativ. Andere kannst es besser. Ja toll, jetzt kommt natürlich der Geist. Ne, ist klar. Ich hab meinen Gen jetzt über die Hälfte. Wieso sind hier keine Lächer? Zum Durchspringen, nix. Aber auch gar nix. Du kannst ihn hier aber richtig geil verlieren. Nein, shit. Ja, ich hab den grad gemacht gehabt und bin... Oh, ich seh's. Da ist noch jemand im Haus. Okay, ich mein, wie wir woanders sind. Das ist wieder zu gut dann. Ah, scheiße. Und da hat er mir... Da rausgehen, da ist übrigens der Keller. Da ist alles zu, zu. Super hübsch hier. Aua, hier zack. Hat hier nicht irgendwo schon was angefangen? Da. Da sitzt du dran, sehr gut. Oh, tschüss. Assistenz hier. Schwabbel einfach mit. Der hier ist auch schon... Er rennt in eure Richtung, wo zwei zusammen waren. Ja. Komm mit ins Haus. Ich hab... Ich hab... Nein! Der rennt hier immer noch rum. Hau ab! Hat sich unsichtbar gemacht. Na. Es ist irgendwie... Irgendwie ist es für mich ein bisschen schwieriger sichtlich, wo man hier manchmal durch kann. Aber mir gefällt es auf jeden Fall, dass man mehr Ecken hat und sowas zum Rennen. Lauf da, Mama. Vorsicht, 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 Vorsicht! Lauf! Ach, shit. Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Nö, 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 nö. Ich bin da hier stehen geblieben, damit ich laufen kann. Okay. Hat sich erledigt. Ich opfere mich gerne... Will ich mich jemand heilen? Ich opfere mich gerne vor euch, Leute. Wo seid ihr denn? Ich bin im Haus, er geht aus dem Haus raus irgendwo. Wir sind hinten an der Check, Tina. Hä? Mal kurz, äh... Also quasi nebenan. Ich geh mal runter. Dum 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 dum. Wo ist er lang? Ähm, in die Richtung Haus wieder. Glaube ich. Sehen aber nicht. Ich bin jetzt da, ich hol dich jetzt... Nein, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, da ist er. Hatte ich auf jeden Fall im Blick. Äh, und ich hab hier nix... Kommen die andere Richtung mit? Nein, das war zu früh. Komm. Mhm. Komm, 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 komm. Aber er macht die Palette kaputt, er folgt mir scheinbar noch. Wir gehen hier hinten hin. Ja. Hi, Dude! Hey, Dude! Hey! Hey! Mist. Oh, nein. Jetzt überlegt sich das... Moment, wieso guckst du nicht vorher, bevor du rennst? Bin ihm extra hinterhergelaufen. Hm. Ey, wenn der jetzt Zanatophobie aber gehabt hätte... Tada! Er läuft mir nach. Hebt sie auf. Wir sind uns gerade seltsam, aber einen Moment. Wir sind gleich fertig. Wir befummeln uns einander. Im Eck-Schiff. Ach, oh. Das sehen sie wieder, ne? Alle liegen hier und die befummeln sich in Ruhe. Alles klar, lasst euch Zeit. Doch, mach doch zwei, vier, zehn, Mischkeiten. Nicht in diesem Spiel. Er hat Eis an der Griff. Eis an der Griff? Eis an der Griff. Eis an der Griff. Ich komme! Er geht zu Eve. Was? Ich hink doch gar nicht. Ich hink doch gar nicht. Entschuldigung. Egal. Die Person, die am Boden liegt. Dann läufst du und ich lauf. Auf. Mach mich gesund. Jetzt, er kommt. Wir laufen. Du läufst ja einfach hinterher. Aber ist okay. Warte, ich lauf in der Griff. Es sind ja auch uns, ja. Ja. Eve, du kannst ihn auch. Ja. Guck mal, ob ich da nachher kommen kann. Er ist hinter mir! Oh Gott. Hier ist Palette? Palette? Der will mich, der will mich, der will mich. Alter, das ist so ein Buschwerk hier. Das ist irre. Palette? Nein, hier ist keiner. Was? Wo war die? Ich dachte... Ja, bei mir! Hier! Nein, ich dachte, ich hier! Es hätte so schön funktionieren können. Wieso ist die da? Bitte schön. Mach den Jen fertig. Ich will hier raus. Hast du Adrenalin? Nee, aber ich will hier trotzdem raus. Das ist so ein Stream bei Eve ist auf jeden Fall etwas flüssiger geworden. Ja. Das ist doch schön. Boah, ich hab mich grad voll erschreckt, ey. Der ist noch hier? Er kontrolliert auf jeden Fall immer mal wieder. Er guckt immer so ein bisschen um die Ecke und so. Guck mal, ob ich den Schramm schleichen kann. Jetzt kommen alle drei angeschlichen. Also irgendwann muss man was machen. Jetzt bei mir? Ja, gut. Die Ränder außen weg. Ihr könnt jetzt durchkommen hier. Hallo. Ich hab mich gleich doppelt heilen. Achso, du hast den seinen auch gut. War heilt gleich. Au. Oh, er kommt näher. Na, die spielen noch ein bisschen. Nee, er spielt da noch mit China. Okay. Eine Palette. Ich war eine Palette. Er kommt. Er ist wieder in die Ruinen. Pass auf, sie kommt. Ich komme nicht. Der Keller ist weg. Oh, fuck. Ah, scheiße, er ist bei mir. Alias Ass. Ah, shit. Mann. Der leckt. Bella. Das ist ein Stein. Das war ein Stein. Unfreundlicher Typ, ey. Gehst du woanders mit dem Spiel? Ach, das ist schade. Äh, jetzt bin ich tot. Wir haben wieder alle Gents auf einer Seite gemacht, ne? Ja. Also im Haus ist einer, da ist einer. Und da ist einer. Es sind drei nebeneinander. Und wir werden campen. War schön mit euch. Ja, der muss jetzt nur noch hin und her gehen im Prinzip. Aber da fehlt da noch einer, oder? Hallo, Killer. Wer? Ich werde zu offensichtlich. Nein. Oh nein, was macht ihr denn hier? Arbeiten. Jo. Moin. Moment, was? Schreddeldürsch. Das ist ein Ablenkungsmanöver gewesen. Ja gut, Anni sitzt ja im Stream. Das war alles geplant. Geht ihr beide an den Jen und ich renne mit ihm weg. Irgendwohin. Äh, ja wir müssen die Seiten tauschen. Wir würden dann ins Haus. Okay. Ja, geht ins Haus. Ich bin doch hier in einer Steck. Ja? Geh schon mal vor, ich guck nicht nach. Ah, er geht wieder in eure Richtung mit mir. Ja, klar. Aber hält sich hier nicht nach irgendwo ein Jen? Es kann doch nicht sein, dass das jetzt schon... Im Haus ist es da, glaube ich. Aber es sind drei nebeneinander. Das kann nicht sein. Ja, doch. Ah, dieser schöne männliche Tod. Okay. Holt sie sie runter? Was soll das denn? Ich? Ja. Ich bin, glaube ich, mitten in den Geist gerannt. Bin ich mal nicht auch gleich mit reinrenne? Trubber! Wo? Na, wir waren. Ganz, ganz sicher mache ich das hier. Heilen oder Jen? Ist die Palette in der Schreck noch da? Äh, kann ich dir nicht beantworten. Hä? Keine Gewehr. Oh, ich habe eine gefunden. Alles gut. Mein Kasten ist gleich leer. Äh, der Geist ist weg. Ja, der wird uns gleich holen. Ja. Und hier so jetzt nicht mehr? Mach mal kurz ein Bild. Schade, dass man bei Spectate die Kamera nicht drehen kann. Sondern nur das sieht, was ihr seht. Ja. Oh, er kommt. Ist mir egal! Hinter euch! Hinter mich! Ich ziehe das denn durch! Nein! 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 Was macht ihr? Anni hat den Jett verkackt und der war von uns fertig. Ja! Das war mit zu viel Aufregung. Ich habe das doch! Druck! Anni, tu es! Ja gut, lauft, lauft! Und ich mit meiner Slow-Mo hier durch die Gegend. Ich habe mich für euch geopfert, damit ihr kommt. Okay. Jetzt einfach passt, da ist ein Tor, wo ist das andere auf der anderen Seite. Och, nö, oder? Ey, was ist denn? Wer hat denn die Karte gemalt, ey? Ach, irgendwo noch ein Gegend? Ich kann! Sieht zwar schön aus, aber fällt alles falsch gelegt. Geht der jetzt? Ich glaube, er guckt immer wieder zurück. So, jeder ein Tor zum Sterben? Ja! Ich wollte noch kurz zum Blümchen gucken. Blümchen? Da oben im Werk ist noch eine Blume. Also hier quasi Richtung Tor war noch eine. Aber leer, oder? Ne, ne, die ist noch voll. Ich renne übrigens gleich raus, wenn ich mein Tor offen habe, ne? Ich gucke keine Blümchen mehr an. Der ist bei hier. Geist hier. Der ist bei hier. Stimmt. Na, bock, bitte sehen. Hatte ich nicht gesehen. Der ist hochgegangen. Psst, Leichtor ist Affen. Der steht oben auf dem Berg. Läh. Geht wieder runter. Mhm. Ha, 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 ha. Der sieht dich einfach nicht. Hä? Stimmt mit ihm nicht. Also, ja. Adi hat das Medikit auch voll unaufällig, ne? Ja, total. Ich stehe dahinten. Hm. Ich bin fein. Lauf zur Atmen, Clothès. Ey, im Gegensatz zu Meck, atme wieder. Er kommt zu mir, Cloth. Er ist bei mir. Kannst du raus? Nee. Ich mach gerade die Blume. Mach deine Blume, ich geh jetzt. Ist mir. China macht Blume. Oh, Ritual der Ahn. Errungenschaft. Ich werd die eh nie alle kriegen. Ich hab so... Wie er auch null hier oben hinguckt, ey. Ja. Der ist blind. Der sucht wahrscheinlich jetzt die Luke und denkt, du gehst da hin. Aber wär auch ne Idee, ne? Jetzt hat er nölt und ich sterbe. Also ich muss nur sagen, am meisten gehört mir daran irgendwie die Haare an dem Outfit. An wem? Ja, da die sind schon wieder. Die sind lila, ja. Ach, schon wie violett. Ja, ne? Find ich auch. Du bist die einzige Überlebende, über wem es sonst ansonsten dreht. Die nur dort drinnen rummeiert. Er scheint hinter dir zu sein. Watt. Nee. Ja, es ist auf jeden Fall in deiner Nähe gerade. Da von vorne kann man gerade, glaub ich, oder? Ja. Ich seh auch immer nur irgendwelche Schatten huschen. Die guckt sich noch mal Blumen um. Nee, allerdings hab ich ja voll, aber ich dachte, die Luke wär vielleicht noch hier irgendwo in der Nähe. Jetzt nicht übermütig werden hier. Da ist er und denkt sich so, nein! Dirk. Äh, mal gucken. Stimmt ja richtig schön. Na, doch wieder Rangpokass und so. So langsam komm ich wieder hoch. Eh nicht. Jetzt spiel ich wieder monatelang nicht. Er war ein fairer Killer. Nicht gecampt und, äh, kein Garni. Ich bin auch bisher wirklich zufrieden mit den Killern. Das wird allen auch. Und du. Typ. Die Chatkonversation besteht nur noch aus Einladungen. So gehört sich das. Ja. Man redet halt nicht im Chat. Nein. Ich glaub, ich hab noch ein paar... Jake. Dailies. Äh. Äh. Ich glaub, ich versuch's mal. Was mich halt nur anmerkt bei Steam ist mittlerweile momentan... auch wenn ich auf den Chat zugreife über den Overlay von Steam, blickt das immer noch in der Taskleiste beim zweiten Monitor. Ach so, Tina? Hm? Anni, kommt eventuell auch wieder zum Umzug helfen? Uh, Anni, macht dir das so Spaß? Ja, ne, ich hab vermutlich an dem gleichen Wochenende auch noch einen anderen Umzug. Aber das ist auch ganz lustig, nur von einem aus auch so bisschen so 100 Meter oder so bis zum anderen. Ach, das hattest du erzählt, ja. Ja, das wird auch ganz lustig. Ich mach doch gerne Umzüge. Ja. Was macht man sonst? Ja, das ist gar lustig. Könntest ein Unternehmen aufmachen. Anni, die Umzügerin. Ja. Sieh, ihr könnt auch über seelische Probleme da bei mir reden, mit mir reden, so. Wir möchten gerne alle umziehen, weil wir die Stadt scheiße finden. Jo. Ah, ich zieh da nächstes Jahr um, dann müsst ihr mir alle helfen. Okay. Auch wieder zur gleichen Stadt, das ist ja... Zur gleichen Stadt. Ich zieh dann weg und dann komm ich wieder her. Ach so, okay. Fahr mit nem Truck einmal um die Gegend, irgendwie bis nach Brandenburg oder so und dann kann ich wieder zurückfahren. Ach so, okay. Guck da mal, wo es woanders schöner ist. Habt ihr denn schon geguckt wegen ner neuen Wohnung? Ach ne, da ist ja eh noch nichts geplant. Okay. Okay, vielleicht irgendwann ein eigenes Zocker-Zippel. Ja. Yeah. Wer weiß, was der dann macht damit. Äh. Ist jetzt selber drinnen und zockt. Ja, klingt auch. Weh. Und jetzt? Oh. Ja, ich vermute dich. Ich muss auch mein Teil hier beitragen. Ich will mal die neue Killerin sehen. Warum spielt die denn heute keiner? Ach so, äh, Tina, ich war heute bei Roller. Und? Mit Manu? Ja, er wollte sich eine Bettwäsche kaufen. Oh, Alter, der ist ja schlimmer als eine Frau, Mann, beim Bettwäsche kaufen. Nee, die gefällt mir nicht. Nee, die ist nicht weich genug. Nee, die hat dies... Boah. Ja. Und dann sehe ich so Bettwäsche. Die eine ist so, äh, Rosé mit Grau. Oh nein. Und einmal in lila Rosé und weiß. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sag, weißt du was, Alter, wenn du hier noch länger brauchst, sag, ich nehme die beiden. Und dann sag ich so zu ihm, ja, eigentlich bräuchte ich ja noch einen Spannbettlaken. Sagt er, ja, zu dem einen würde ja ein Roséfarbenes passen. Ich sag, Roséfarben hab ich schon. Und dann guck ich ihn an und ich sag, hier, das Dunkellila, das find ich toll. Boah, jetzt habe ich ein lilanes, lilanes Bettlaken mit Roséfarbener Bettwäsche. Yay. Oh Gott. Jetzt hätten wir nur noch eine neue Decke und ein neues Kopfkist. Ich will eine größere Decke haben. Ja, ich hab viele Probleme, ey. Muss mal zeigen. Ich könnte auch eine neue Bettwäsche holen. Schick ich dir nachher mal ein Foto. Das hat jetzt einfach, dass ich umziehe. Aber wenn, Chris, ganz ehrlich, wenn ich umziehen sollte, kannst du den Weg dann auch wieder merken. Musst du den alten löschen. Ich hab ein paar Blümchen gefunden. Ja, die nehm ich mir gleich. Keller ist in der Scheck. Oh. Da kommt ein Jank auf mich angewandt. Dam, 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 dam. Mit dem Killer im Schlapptau. Tschüss. Was, ich jetzt? Nein, warte. Was ist das? Ich kippe euch schon wieder an die Motten, ey. Meike hinter mir. Okay, okay, okay. Was? Was hat er da gehört? Ich bin in Ruinen. Noch irgendwo ein Blümchen gefunden? Ja, in der Scheck. Ich glaub, da will ich auch nicht. Der ist dann auf einem Boot. Ach, das ist die Bootmap. Ich hab's irgendwie grad noch nicht identifizieren können. Guck, da ist ein Sump. Wer ist denn da? Gott, der ist bei mir. Er ist bei mir. Okay. Ich bin jetzt erstmal im Busch. Komm, Blümchen sammeln. Alter, wo ist der denn? Und er weiß, wo ich bin. Wahrscheinlich. Ah! Geh weg! Es ist der Trapper! Trappity-trap-trap mit neuem Auto. Autsch! Ich dachte, ich helfe Eve oder so. Ich bin vergewaltigt. Ähm. Ja. Ja. Der sieht mich nicht. Nein. Mich hat er auch nicht gesehen direkt an der Blume. Ah, war an mich! Direkt an Jane! Ja. Er rennt. Äh. Niemanden hinterher. Er hat grad irgendwas anderes geschlagen. Er bleibt bei mir. Er ist ein Camper! Nee, alles. Nein, die gehen jetzt spazieren. Nee. 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 Nee, der kämpft jetzt. Nee, der kämpft jetzt. Wir machen's so. Ich hol dich gleich runter, wenn er nochmal weg ist. Ja, er ist im Haustürner. Er ist bei mir. Er tritt ne Runde um mich. Der geht nicht weg. Er geht in den Wald. Ich hole dich noch vorweise zwei runter. Also, ich sitz ja auch noch am Jane nebenan. Ich seh das alles noch. Er ist wieder bei mir. Er ist wieder bei mir. Er ist wieder bei mir. Okay, los. Na, komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Lauf, 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 lauf. Bin hinter dir. Was ist denn? Rett mir hinterher. Rett mir hinterher! Rett mir hinterher! Rett mir hinterher! Oh! Oh! Es war so schön bisher und dann kommt wieder sowas. Ja. Aber hey, ich hab gleich mal den Jane direkt vor ihm fertig gemacht. Oh, shit. Du kannst nicht. Oh, er geht in den Keller. Anni, ich geh mal aufs große Boot den Jane machen. Äh, nee. Holst du sie runter? Weil du hast... Ich bin auch hier. Ich hab Borrowtime, ja. Anni, hast du auch Borrowtime? Hä, warte, was? Achso, ich trickert euch. Äh, nee, hab ich nicht. Dann lass Ilke sie, äh, sie runterholen. Ich glaub ich hab ihn hinter mir. Ich glaub ich hab ihn hinter mir. Nee. Nee. Doch, 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 so ein bisschen. Hallo! Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Ja, aber er macht nur große Runden. Er geht nicht wirklich weit weg. Na gut, dann macht ihr mal. Er ist immer noch in der Nähe. Sinn. Er kommt näher. Ich versuch ihn mal ein bisschen abzulenken. Mach ich mal, das tut mir gut. Wartime, lauf! Okay, Wohlen? Er kommt runter. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Achso, da lang. Lauf, 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 lauf! Du hast Wartime, er kann dich einmal schlagen. Autsch! Weiter, weiter, weiter! Oh, Gott. Oh, ey, der nimmt mich nicht hoch. Er läuft Yves hinterher. Ja, ich bin hinter ihr. Ja, ich bin auch gleich tot, wenn er mich das nächste Mal hat, ne? Ja, ja, deswegen. Er kommt mir näher, ich... Oh, der... Ja, ne. Du kleiner Pester, ey. Der interessiert sich null. Der ignoriert mich völlig. Dann macht die Generatoren, ist okay. Ja, wir hätten das so einfach gemacht. Äh, äh, äh. Ja, ja, das ist nicht Öl. Also, ich komm jetzt noch, äh, zum Heilen schnell vorbei. Ja, ich hab nicht geheilt. Er such dich aber wahrscheinlich im Keller. Achso, ne, hör auf zu... Was, was? Hä? Wieso bist du leer? Achso, hä? Ne, verstehe ich nicht. Ich bin aus dem Keller hochgekrabbelt. So, er kommt. Was will ich denn mit diesen Halloween-Bloid? Geh weg da jetzt. Geh durchs Boot. Der kommt zum Boot. Ich sollte mal mehr auf dem Boden achten. Ich hätt grad richtig Schwein gehabt. Wieso? Bärenfall oder was? Geh in den Schrank! Geh in den Schrank! Oh. Ach, du warst hinter mir schon. Ja. Oh, ja. Ja, der folgt. Ja. Was ist ein Spaten, ey? Wie die alten Männer hier. Schönen Busch. Haha. Der rennt hier noch rum, ne? Achso, der rennt, ähm, genau hinterher. Perfekter Zeitpunkt, um diesen Gen-Hit zu machen. Ja, wenn er... Wer scheiße sein kann, können wir auch scheiße sein, oder? Ja. Ich vergesse jedes Mal, dass man die Kamera nicht drehen kann. Das war ein Bullshit, ey. Boah, er kommt da! Wer kommt wirklich? Quick, sir! Ja, ja, ich wollt grad sagen, ich hab ihn verloren. Vorsicht! Nein, verloren. Er hat von mir abgelassen. Ja, er kommt wieder zu mir. Okay, Chris. Bis zum nächsten Mal. Jawoll. Na gut, grüß! Tschüss! Und schöner Abend noch! Tschüss! Ich glaub, er hat Nurse Calling. Nee, doch nicht. Er rennt mir auf jeden Fall noch hinterher. Ja, ich dachte, er kommt hier in meine... Ey, ich find das so assi, dass sie das so hochgedrückt haben mit dem Selbstheilen. Ey, das ist richtig nervig, oder? Kotzt mich auch so an. Ich meine, 16... 16 Sekunden, ernsthaft? Die kriegen auch keine Strafe für, wenn sie jemanden geschlagen haben, 16 Sekunden nicht mehr schlagen. Ja. Oh, der kriegt mich gleich hier. Vielleicht. Er hat ja keine Pfeilen hingelegt? Ähm, Tina? Hm? Hinter dir. Also wenn du jetzt, äh, Rückenrichtung. Raus hoch. Links vom Boot ist eine Pflanze. Links vom Boot? Äh, lauf mal nach rechts. Rechts, rechts. Ja, jetzt geradeaus, 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 geradeaus. Bis zum Ende vom Boot. Weiter, weiter, weiter. Links oben bei dem Haken. Rechts jetzt, rechts. Genau. Ah. Okay, ja, ja. Aber ich wollte nur gucken, ich dachte, die wären brennendes Tod im Moment. Kämmt der? Ich hab ihn nicht mehr hier. Warum warte ich das so tue? Eventuell zum Boot gehen. Er ist an mir vorbeigelaufen. Oh, nein. Und hat sich. Jo. So viel zur Frage, ob der keine Fallen aufstellt. Ja, okay. Ich hab bisher aber keinen gefunden, außer halt die Zun. Mal in die Ecke. Oh, er geht in die Ecke. Oh. Mal hier. Schönen Busch. Er geht zu euch. In eure Richtung. Ja, war klar. Er kommt auch zielstrebig her. Ja. Äh, hier ist der Zun. Okay. Okay. Äh. Ja, okay. Tschüss. Okay, gut. Das Spiel ist vorbei gleich. Oh, natürlich wieder nicht, ey. In der Proberunde bin ich so schon runtergesprungen, da ich noch zu Yves erklärt. So, guck mal, hier eigentlich, man kommt nicht runter, lass es einfach sein. Und was passiert? Der Letzte wird hingehängt. Oh, oh, oh. Ich spring runter. Komm, lauf, lauf, lauf. Ja, ich komm runter. Oh, okay. Laufen. Und jetzt, klar. Nee, zur Falle. Ja, deswegen läuft es wie hervor. Und tschüss. Nein, doch. Nein, noch nicht. Okay. Es sei denn, ich verkackt gleich wieder mit dem lauten rumklickern hier. Wolltest du sie runter dann? Ja. Wir mussten einen guten Rhythmus finden. Gut, mir mal gesagt. Äh, Yves, hast du mal geguckt, ob er Nightspalling hat? Was für ein Ding? Nightspalling. Was seine Perks sind. Was er mit hat. Äh, sind das die... Ruf der Grey. Diese Rauten, die immer unten rechts sind. Unten rechts? Also, bei uns sind's unten rechts. Wenn du auf den Endscreen gehst. Ach so. Diese Tabelle. Wer wieviel Punkte hat. Das siehst du auch die ganzen ... Ah. Also, er rennt hier noch um, ne? Er hat mich ja auch grad... Ähhm, Agitation. Brutale strength. Bitter murder. Murmour. Okay. Hex no one escapes death. Uuuuh. Okay. Postular paddles. Und beer trip. Wir brauchen einen noch. Alter, was! Ne, oder? Ach, Alter. Wie hat der mich jetzt gesehen? Ich hab keine Ahnung. Der ist doch hier grad noch hinterher gerannt. Ja gut, tschüss. Tschüss, schöne Welt. Wiggle, wiggle, wiggle. Es war so schön. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Oh, tschüss. Also ich bin ein bisschen traurig, dass, ähm, bei der, na, bei Mac, wenn man da immer sich noch so festgehalten hat, das Hemd nicht mehr aufreißt. Ich finde es schade, dass sie das gefext haben. Bei mir ist mal so ein klingendes Loch aufgerissen bei, weg. Das reißt jetzt nicht mehr auf. Ich glaube, der ist bei dem Steg? Ja, er ist bei dem Steg. Hast du noch irgendwo ne Pflanze gefunden? Auch nur noch irgendwie so ein Mini-Ding? Äh, ne, grad nicht. Oh, hallo. Hallo. Lauf du mal weiter und guck, ob du noch ne Blume kriegst. Okay. Ich mach dann den Jen... Äh, okay. Da macht damit nichts mehr. Kommst du raus? Ja, er ist auch da. Und der Ding... Oh, ist... Ich wollt grad das hart drücken, du Pisser. Nein! 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 Er läuft mir jetzt hinterher, stimmt's? Shit! Ja, und ich kann nicht aufstehen. Heil dich mal hoch! Okay, warte. Ah! Ah, zu spät. Nein! Ah! So, zack. Wixer! So, der sieht mich nicht. Völlig unauffällig. Aber wieso reihe ich eigentlich hoch? Na? Na? Was? Was? Was ist halt mal kurz leise? Nein. Nein. Ich glaub, ich hatte hier irgendwo die... Nee. Ich dachte, ich hätte die Luke gehört. Schade. War das nicht mehr so, dass die Haken weg waren, nachdem man dort gestorben ist eigentlich? Aber da ist ja hier... Ach ne, ich bin ja woanders. Stimmt. Ich hing da ja immer nur zweimal. Mhm. Ach, schöne Welt. Kann man Not F spammen? Not F? Oh, der hat schon... Nee. Not F? Not F? Ja, es gibt so F F F F F F für gute Spielen. Also Not F. Ja, eigentlich soll ich schreiben Nice Camping. Weil es interessiert die meisten Arschlöfe ja sowieso nicht. Nö, ich bin auch immer wieder drin. Ja, tatsächlich. Ich bin auch der Meinung, dass die das tatsächlich machen, damit man das schreibt. Die wollen das haben. Mhm. Fühlt sich dann wahrscheinlich bestätigt dadurch. Also mal gucken, vielleicht noch eine Runde oder höchst zwei und dann werden wir auch schon wieder das Spiel wechseln. Wir wollten nämlich heute noch einiges bei Seven Days schaffen. Okay. Auch ein schönes Spiel. Was? Weil ich mittlerweile schon viel zu viel Zeit drin investiert hab. Nicht genug. Okay, ich hab dran gefangen. Uh, hast du hier geholt? Ja, ich hatte ja noch 10 Euro von Fraggy übrig. Mhm. Bei Steam. Und das war jetzt gerade im Angebot. Für... Für... 17 Euro. Und jetzt hab ich mir das für 7 Euro geholt. Uh. Ja. Fangen wir mal so wieder. Tch tschu tschu tschu. Ach, das ist schon. Tschu tschu tschu. könnte, was mein Laptop ja nun nicht zulässt, wäre das bestimmt richtig nice, das Spiel. Ja, ich weiß nicht, ich will es ja ganz gerne spielen, also auf jeden Fall mit Headset, aber das Problem ist, dass ich zusammen mit jemandem spielen möchte und das geht halt so nicht. Nee, das geht nicht. Deswegen habe ich es bisher immer noch so rausgezögert. Da kann man ja auch nicht wissen, wie man es am besten macht. Du kannst es natürlich mit jemandem zusammenspielen, dem ihr parallel spielt, ne? Jaja, es geht ja auch darum, dass wir nebeneinander dran sitzen, so. Ah, okay. Aber übern Fernseher ist halt eine andere Audioausgabe einfach und das ist so, ah, da hört man nicht so viel. Beim neuen Headset höre ich viel mehr als sonst. Ich töte die Gips vorher gar nicht, so. Ja. Was hast du für eins? Ich habe mir so ein Rockhead bestellt. Ah, okay. Das ist halt echt nice. Also gerade vor allem die Tonwiedergabe ist irre. Ich finde es auch immer geil, wenn du merkst einfach richtig, wie zum Beispiel bei dem Soundtest, wenn du es einstellst, wie der Sound halt wirklich irgendwie so komplett drum rum geht, so 360 Grad Sound. Ja. Vor allem so von hinten, von hinten rechts, hinten links, habe ich ja jetzt auch das 7.1. Ja, und gerade hier bei so einem Spiel finde ich das einfach mega. Du weißt halt genau, woher da Kinder kommen. Ja, gut, das hatte ich halt vorher auch schon, aber es war halt so ein Beispiel. Ja, einfach nur als Beispiel hatte ich mal Stardew Valley angefangen zu starten. Und irgendwie, ich habe viel mehr Töte gehört, die sonst gar nicht da waren. Oh, mal kurzer. Ne, ich habe eine Blume gefunden. Ja, die mit ihren Blumen. Dann habe ich eigentlich, also ich brauche noch eine Blume, dann habe ich so ein Röhrchen. Ja, ich auch. Ich bin an der Shack und mache da eine. Okay, gut, wir wollen nicht rauskommen, wir wollen die Blumen finden. Gut. Was? Soll ich eigentlich warten? Kommst du zu Shack? Ah, ich habe hier noch eine andere Blume, ist okay. Okay. Ich mache die einfach am, aber das ist doch die Shack. Ja. Alter, wie die Kühe am Baum schaukeln. Wo bist denn du hier bei dem Ding? Was? Ist der Keller in der Shack? Ähm. So eine Map, wo der Keller, ja. Ach, da sehe ich dich gerade weg ran, okay. Ich mache hier noch einen Töten. Äh, der Keller hat mich schon verloren gehabt. Wer ist das denn? Ähm, irgendwie ein Typ, ähm, Cape, Mumie, Stommelkopf. Was? Kann ich jetzt das Ding fertig machen, oder nicht? Was ist los hier? Mach fertig. Na gut, mach fertig. Was ist das für ein Killer? Spirit. Der hat sich nämlich gerade unsichtbar gemacht. Ja, der hat so Bandagenzeug, ja, der hat so ein Bandagenzeug um die Hüften. Ach so, sieht ja normalerweise aus nicht so, wie er bis herumgeraufen ist. Also der hat sich gerade unsichtbar gemacht und ich glaube, ja. Dann hole ich sie mal runter. Ah, okay. Aber der ist weg. Also der ist... Nein, der ist... Der ist hinter dir! Alter, ich habe ihn nicht gesehen. Oh Gott, ey. So ein Arschloch. Der kam auch hinter dir. Ne, normalerweise schlägt halt mein Perception-Ding noch an. Ach man, ey. Ich hasse das. Wenn der Jen dreiviertel ist, lauf los und suche Blumen auf. Oder, ja, Ilka verkackt's einfach. Ich renne jetzt auch los und so Blumen. Ne, meine Flüte ist voll, ich brauche keine mehr. Keine Blumenkiste. Ist er noch bei dir? Nein. Wie wir alle drei hier hinten hocken. Ja. Werden werden für Eve. Wo ist denn Arne? Ne, alles gut. Lass mich sterben, ich... Arne ist hinter mir. Quatsch! Und blödelt in der Kiste. Arne, ich bin schlafen. Ich mach hier Jen's. Aber ich weiß nicht, woher da... Ich mach hier Jen's. Ich mach die jetzt schneller, weil ich vorher in der Kiste dran war. Ah, okay. Ne, ich hab eine Toolbox gefunden. Keine Ahnung, wo er ist, aber ich würde jetzt... Lauf! Der ist weg, der ist hinter dir! Lauf! Ja! Genau wie bei mir. Es ist doch... Also irgendwie ist es doch wieder ein Camper. Alles gut, alles gut. Er läuft, aber... Aber... Er ist bei mir. Er ist bei mir. Nee. Nee. Nee, der läuft mir hinterher. Ah, ja. Der hat Misty wieder. Nein! Das war zu früh. Will. Too much magic hier. Wieso kriegen wir jetzt wieder die ganzen scheiß Camper, ey? Na, tun wir. Oh, tschüss. Ade, Eve. Alles immer. Hast du immer Borrowtime dabei? Ich? Ja. Tach, Strix. Schönen guten Abend. Hast du gerade Pause? Oh, er hat mich geblockt. Ja, wow. Du Lutschaffe, Alter. Hier, er frisst Paletten, du dumme Sau. Ja, natürlich. Wortwahl. Sorry. Alles gut. Sehr schön. Er zerstört den... Er hat Predator, Ironcrasp, Bloodhound und Slappy Butcher. Ja, der hat schon wieder meine Spuren länger. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Ich seh dich. Wo? Da, hinter Bill. Wer piescht dich? Das stimmt mit dir nicht, du hässlicher Vogel. Kann ich ein bisschen in der Blume rumsapfen. Geil. Achso, holt mich nicht runter. Mach Chance. Ich hab noch ein bisschen an der Pflanze rum. Oh. Dann hab ich meine erste... Mein erstes Gläschen voll. Bergy! Hallo! Bergy ist auch da. Es ist voll! Ich bin schon tot, falls du dich wunderst. Also ich mach jetzt ein bisschen Jenna, dann komm ich dich rein. Der rennt's verschackt, der rennt's verschackt. Der ist schon bei mir, ja. Ich seh ihn doch. Okay, dann hol ich dich jetzt runter. Mein Jenna ist jetzt fertig. Mach keine! Nein! Wieso gar nicht genau deine Richtung, ey? Oh, wer ist da? Ich hänge mal das rum. Ja. Lass mich hängen. Lass mich hängen. Er steht genau neben mir. Ja. Der steht beim Generator gleich. Nein. Bergy. Okay. Mach den Jen hier in der Scheck. Mach den Jen. Anni nicht abhängen. Nicht abhängen. Der steht bei mir. Blabba. Der steht direkt neben mir. Ich seh ihn zwar gerade nicht, aber ja. Doch, da wo der Jen ist. Warte. Nehmen mein linken Arm. Ja, ja. Ja, jetzt hab ich's auch grad gesehen. Ja. Der steht genau neben mir. Da wo meine Maus ist. Wieso ist der so viel mies? Es scheint, wenn er wegläuft. Der geht nicht weg. Der steht da immer noch. Der steht an einem Punkt. Ja. Na gut, der will ja auch nicht mehr weggehen. Der will auch gar nicht mit uns spielen. Nö, hat er nicht, ne? Ich bin gleich gut. Okay. Jetzt geht er weg. Aufpassen. Ja, sind fertig. Wo sind... W-Wat? Was ist denn jetzt so passiert? Boah, was war das denn hinweg? Alter, ne. Ist klar. Nexswitch? Aber richtig. Geil. Boah. So. Geh ich schon näher an ihn. Ja. Bin gleich wieder da. Juck. Juck. Alles gut, Bergy. Kannst du das? Kannst du zugucken, Bergy? Naja, gut. Es leckt teilweise, weil es... ... das Spiel ein bisschen... ... ist. Er ist bei mir. Okay. Am Tor. Meins ist gleich offen und da kommt er. Ich werde gleich rausrändern mit ihm. Ja, immer. Oh, ich meinste. Naja, ich weiß doch, dass du da bist. Hallo, Digga. Tschüss. Ich werde ihn gegen die Wand gehauen. So, hat er nur davon. Ach, Bergy. Was macht er denn wieder? Ach, warte jetzt, Scheiße. Also, ich hab gefragt, ob er den Stream zuschauen kann, weil er hat ja auch so Internetprobleme. Ne, also eigentlich habe ich keine Augen mehr, sorry. Ach, dumm Schwitzer. Dumm Schwitzer. Ja. Das habe ich heute nicht hingekriegt. Schön, schön, ist okay. Nein, ich jetzt Upgrade. GG. Ernsthaft? GG für was? GG fürs Campen? Real? Real, Nigga? Ja. GG for Camping? Gut. Einer, muss er wieder raus. Oh, ich hab einen so Serumfall. Oh, da ist er rausgegangen. Hm. Hm. Eine Runde noch, oder? Ja, eine würde ich noch sagen, dann gehen wir wieder zu unseren Zombie-Herden-Horden. Hm. Was für Spiel? Wir haben es nämlich genau, äh, Seven Days. Ah, okay. Wir haben es nämlich genau so getimt, dass genau quasi gleich, wenn wir heute reinkommen, quasi die Zombie-Herde kommt. Ja. Alles vorbereitet heute. Hm. Keine Ahnung, was das ist. Alles gut, Bergy. Es ist quasi so ein, äh, Crafting-Survival-Game. Horror-Survival. Tina, guck mal auf dein Handy. Ja, hornt so weit mit Danny. Die ist echt schön. Welche von den beiden, oder beide? Beide. Haben hier 12 Euro gekostet. Oh, muss ich mal gucken. Vielleicht gibt's die noch im Internet, dann kann ich die direkt mit dem, äh, Dings bestellen. Ja. Ihr habt wieder Probleme. Ey, Bettwäsche ist wichtig. Überlebenswichtig. Wow. Vor allem in dieser verkackten Wohnung, weil das ist das erste, was du siehst. Oh. Vermutlich auch das einzige, was du da wirklich siehst. Ja. Oh, der war fies. Aber ist eigentlich wirklich so. Ach so, siehst du, ich wollte dir nochmal den Schreibtisch schicken. Ach ne, äh, den Schreibtisch, den Manu hat, ne? Mhm. Den hab ich auf Ebay Kleinanzeigen gefunden für 40 Euro. Klopp. Wow. Ohne Mängel. Ja. Also keine Kratzer dran, nichts. Ja. Und, äh, hab ich jetzt, äh, gekauft, oder beziehungsweise, ich hab dem jetzt geschrieben, dass ich mir den Samstag abhole. Ja, cool. Ja, ich mein 1,60 breit, absichtlich tief. Ja. Auch höhenverstellbar, ne? Höhenverstellbar, ja. Man hat leider bei den Charakter nicht so viele Auswahl, was das Aussehen angeht. Aber man kann jetzt neue fancy Outfits kaufen. Sowas zum Beispiel. Ja. Aber dafür bräuchte ich, glaub ich, 30 von diesen Serumflaschen voll. Genau. Also, ne, never. Aber nur für die, für die Halloween-Outfits, ne? Die anderen Outfits kannst du dafür nicht kaufen. Ja. Das dachte ich mir schon. Ja. Das schaff ich halt vor allem nicht, jetzt in 3 Tagen zu sammeln, die Dinge. Äh, in 3 Tagen endet das Ding? Ja, am 2. Ja, am 2. Ja. Also, ja stimmt, in 2 Tagen eigentlich schon. Ja. Dadaadaada. Anni, gib mir deinen Account, ich mach dir das. Gib mir 2 Tage und du hast 60 Fläschchen. Aber ich muss halt die ganze Zeit Seven Days spielen. Was musst du spielen? Seven Days? Seven Days to Die. Das ist einfach das neue, das ist einfach das neue Ding. Und dann kommt bestimmt in einer Woche wieder Updates. Ich hoffe, dass es nicht jetzt schon rausgekommen ist, ne? Ja, ich hab richtig Angst, dass jetzt irgendwie hier heute morgens neue Update rauskommt, weil dann ist alles weg. Alles weg. Und so 30 Tage Arbeit. Richtig schöne Arbeit. Wir haben einen richtigen Bunker da ausgehoben schon. Bei Seven Days? Mhm. Okay. Muss ich mir mal angucken. Die Zombies werden halt mittlerweile auch schon immer heftiger. Vor allem kommen da jetzt richtige Hundehorden. Mhm. Die sind eher im Schluss. Letztens waren irgendwie 10 Stück oder sowas dabei. Hunde sind scheiße. Hunde sind klein, die triffst du nicht richtig. Ich hab auch letztens von so einer Notiz gelesen, dass man Polizisten töten soll, Polizisten-Zombies. Mhm. Ich hab noch keinen gesehen. Noch gar keinen. Die erkennst du, die sehen aus wie die, also wenn die die nicht umgetextet haben, dann die gleichen wie die Touristen. Die Blume von der Map. Keller ist im Haus. Ja, und hier ist auch ne Blume in der Ecke. Oh, Blumen. Killer ist in der Nähe vorm Haupthaus. Ja, ist bei mir, bei der Blume. Geh weg, Killer. Ich geh hier im Bus. Hallo John! Yeah, trick or treat! Süßes oder saures John. Äh. Heute gibt's nur saures eigentlich. Welcher Killer? Keine Ahnung. Müssen wir nicht. Zumindest Herzklopfen. Ah, shit. Schon wieder der Geist? Was? Nein. Nicht jetzt! Nein, ich hab'n... Nein, ich hab'n... Generator verkauft. Nee. Kettensäge. Oh, das ist Boba! Oh. Was? Wer? Specki! Boba! Schweinegesicht! Ach, nö. Ich spiel' das Spiel auch irgendwie jeden Tag, ne? Ach, was schon? Er läuft Richtung Scheck zu jemandem, der am Jam sitzt. Ja. Er hat Barbecue. Oh, oh. Also es gibt ja zwei Typen mit Kettensägen. Der eine ist cool, der andere ist... Was macht Barbecue? Barbecue ist, wenn er jemanden am Haken hängt, sieht er die Aura von Survivoren für vier Sekunden. Genau. War das zwei, fünf? Ja, dann hat er mich gesehen gehabt. Aber ich bin aufgehört. Nee, hier sind vier Sekunden. Ich komm' dich mal runterholen, würd' ich sagen. Ja, er ist bei uns. Shit! Oh, dann Franklin's Demise. Ja. Hä? Was denk' ich? Oh. Shit, 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 shit. Den wolltest du denn grad heilen, den Haken, oder? Ja. Na komm' doch her, hier. Pissikowski. Ups. Ich würde richtig wütend hier. Die redet raus. Ah! Ich hab' vielleicht zehn Paletten über den Kopf. Ah! Der kommt ja drüber klettern! Was soll das? Ah! Ich hab' ihn verloren. Ja, der ist bei mir! Aua! Oh! Okay! Nee! Hat der Thanatophobie? Nee. Hat der irgendwas nicht? Wieso reparier' ich dann rot? Keine Ahnung. Ich heim' mich auch rot. Versteh' ich aber auch nicht. Also, ich mach' ja auch nur mit Dings. Gerade. Jetzt ist es normal. Boah, jemanden aufgehängt hat. Was ist das denn für ein Scheiß? Hey? Oh, da hinten kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Na, du rief runter. Hahaha! Trotte! Was? Hey? Ist der bei einem von euch? Ja, er läuft mir nach. Okay. Kann ich mal mitgucken? Oh, er hat make your choice. Kann ich mal mitkrabbeln. Oh, ja. Uh. Dreifach krabbeln. Kann man gleich wieder reingehen und an den Generator weiter krabbeln. Ja. Hallo? Dann halt nicht. Achso! Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Nö, noch mehr krabbeln. Ist okay. Hau halt ab. Schlipp. Generator geht vor. Ich hänge. Hast du den Keller? Nein. Oh. Oh. Sie ist nicht. Glaube ich war nicht weit. Ah shit. Mann! Jetzt sind wir in die Richtung von zwei Personen. Hm. Geh weg, Ali! Um. Vorsicht! Der hat grad irgendwas geschlagen. Achso, der hat auf dem Generator geschlagen, oder? Ja, jetzt kommt sie. Die Prinzessin. Nochmal mit! Wait! Der hat mich gar nicht gesehen, hätte ich mich nicht bewegt. Achso. Oh, halt die Fresse! Nein! Ja. Schön kraule kraule machen. Ja. Weiß doch das. Schön im Schrank bleiben. Du brauchst halt auch ein bisschen Liebe. Sieht der nicht hier drinne dann? Ach, da ist jetzt eine Kiste, Tina. Ja. Nee. Ja, rennst du den anderen gerade auch. Kannst du leise rauskommen. Sehr fein. Kann man auch laut rausgehen? Ja, wenn du Shift noch gedrückt hältst, dann machst du so raus und BAMS! Nicht durch sie. Okay. Fetzt bei mir? Oh, 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 oh. Er sucht hier. Aber wir... Er ist weg. Er ist weg. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja. Oh ne, da ist er schon wieder. Ich... ihm ihn mal mit. Kannst du den Generator wieder anfassen? Mhm. War der Generator im Haus schon fertig? Nee, leider noch nicht. Nee, ich sitz daneben und mach einen. Ja, dann geh ich mal ins Haus. Ach ne, Quatsch. Äh, ich bin ja in der Scheck. Ich bin im Haus. Wo ist er denn, die Prinzessin jetzt? Der war am Pornow und ist... Oh, fick dich, du blöde Space-Taster. Er ist... ...Aussprach, ja, ich weiß. Oh, Gott, ey, das war so knapp. Kommt er nicht hierher? Ich geh wieder woanders hin, ey. Oh, hei, hei, hei. Ich hab mich wirklich abgehängt. Kann ich auch bis an der Blume hier rum zuchillen. Och. Ja, ist okay. Hm. Blumensaft. Hei, hei, danke. Aber auch nur manchmal, wenn ich Glück hab, nicht gut. Lel. Wo sitzt ihr denn jetzt rum hier? Im Haus? Im Haus. Ja. Kann das sein, dass der Tüftler hat? Kann auch sein. Hehehe, der, 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 ich nicht der Idiot. Hello. Hallo. Einer von fünf Gents. Zwei von fünf Gents. Der ist weggegangen. Also, ich hab ihn erfolgreich bei der Check-Up halten können. Ja, der wird jetzt nicht gefunden. Dann ziehen wir mal ein bisschen. Oh, Mann! Ey, das kotzt mich an mit der scheiß Space-Taster. Oh, wir sollten was schaffen. Hm. Ja. Er hat mich gesehen. Ja, dann schaffen wir's eh. Hallo? Aua! Tschüss, Eve. Tschüss. Deine Dinger war schnell jetzt. Tadaa! So, den haben wir auch. Was haben wir denn noch nicht? Ja. Er rennt woanders hin. Ich kann grad nicht gucken. Er geht Richtung Haus. Ja. Kann sein. Warum rettet ihr mich eigentlich? Mach doch die scheiß Generatoren. Er kommt wieder zurück. Ja, ich höre doch auf jeden Fall. Huch, warum renne ich nicht? Er läuft mir nach. Der ist noch aus. Nein, er rennt mir nach. Mal wieder! Na. Jetzt ist vorbei. Scream. Ach, das ist die letzte Runde, John. Oder wollen wir nochmal machen? Äh. Ich glaub, das lohnt sich nicht mehr. Was für ein Piepfehler, ey. Er tritt meinen Jen gerade. Mach das, Bergy. Ärgert kleine Kinder. Oh, geil. Geht der jetzt auf Klingelstreich? Nee, äh, ärgert Kinder mit Kettensägen. Mach neben dem Haus, Jen. Aber du kannst schon mal 7-11 vorbereiten. Ja, das stimmt. Also, er hat BBQ & Chili. Mhm. Franklin's Demise. Mhm. Deerstalker. Make your choice. Nicht auch rein. Ah, da. Hallo. Hallo, hallo. Gut was. Chainsaw. Grizzly Chain. Und Knife Scratches. Jen ist halb. Kann man so viel überhaupt haben? Oh. Ich wäre dann tot. Mhm. Okay. Also quasi so wie eben die Runde. Aber du hingst doch noch nicht. Ah, erst einmal. Doch. Ich hing schon zweimal. Mhm. Es fing doch gut an, die Runde. Äh, wo sind die Dinger? Achso, wir brauchen ja noch einen. Äh, äh, äh. Wir müssen auf die andere Seite. Oh, tot. Ja, die sind alle da wieder. Also, beim letzten Mal haben wir alle die auf der rechten Seite gemacht. Heute haben wir die auf der linken Seite gemacht. Äh, in der Mitte ist noch ein Jen, äh, ein Jen, ja. Ein Jen? Ein Jen ist in der Mitte. Nein, in der Mitte ist noch ein Jen und hinten links in der Ecke ist noch ein Jen. Ja, er guckt grad, steht auf dem Berg und freut sich einen ab. Oh, er ist jetzt grad. Hat er dich gesehen? Nee. Aber ihn gesehen. Äh. Oh, ich glaub die Luke, die ist neben dem Haus. Hm. Also bis dahin wird man dann nicht kommen. Äh, pass auf. Den Jen, der in dem Haus. Ja. Den campt er. Den hier? Ja. Äh, da ist er. Den Camper ab. Ich hab ihn ganz kurz eingefasst. Wo bist du gestorben? Ähm, bei dem, wenn du auf die Hütte in der Mitte zuläufst, links weg. Hm. Wenn du vom großen Haus kommst. Ja. Warte mal, ich guck mal eben, wo du bist. Äh, genau die. Und dahinter ist ein Haken. Da auf der anderen Seite? Ja, genau. Genau da. Guckst genau auf den Haken. Ich trau mich nicht raus. Nee. Wo bist du denn? In der Nähe von dem... Guy. Da ist ne Blume. Da ist das Haus. Andere kleine Häuschen. Oh, shit. Ja, die Jen sind scheiße. Ist hier nicht noch irgendwo was? Hier unten. Wenn du jetzt, äh, durchs Fenster durchguckst, äh, Tina. Da ist auch noch ein Jen hinten in der Ecke. Links. Ja. Und da hinten. Oh, Türbox. Oh, das ist meine alte. Hm. Sehr. Also da ist ein Jen, da ist ein Jen. Und ich glaub da in dem kleinen Ding ist auch noch ein Jen. Die Prinzessin, ey. Woher fucking Haken? Und da, ja, da ist der Haken. Oh, da kommt er doch schon wieder. Oh. 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 Ne, der nicht. War das der? Doch. Ne, ne, ne. Ne, da war doch weiter. Also ich schätze mal, dass irgendeiner von uns einfach sterben wird und der andere dann die Luke nimmt. Hallo. Oh. Äh, dann mach du hier den Jen weiter, dann geh ich zurück zur Check. 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 Mal was. Dann sind die zwar nicht super weit entfernt, aber immer noch besser. Äh. Das war knapp. Ja. Der läuft hier bei den Check rum. Ja, der kämpft da jetzt. Weil ich da auch ziemlich oft probiert hatte, das zu machen. Da ist schon viel hin und her gelaufen einfach. Alter. Na, jetzt kommt da aber wieder eine Mütte. Ja, jetzt kommt dann. Ja, jetzt kommt dann. Ja. Der kommt zu meinem. Er ist dran. Uh. Die Idee, dass ich hier hinter stehe, kommst du nie. Ha. Kommt der wirklich nicht. Ich glaub, er kommt aber vielleicht bald wieder zurück zu dir. Ich sehe seinen Wuschelkopf noch ein bisschen. Er kommt wieder zurück. Er bleibt bei mir. Ich sehe ihn nicht. Das ist nicht gut. Er ist in der Mitte. Ja. Ne, er rennt noch. Er sucht noch. Ha. Mein Baum ist so gut. Ich glaub, er geht. Nein, jetzt kommt er. Ey, was war das? Ja, er ist bei dir wieder. Yo. Die liebe Haare sind natürlich voll unauffällig. Bambus vor der Wind. Nein, da ist er schon wieder. Nein. Okay, ich gehe mit ihm spazieren. Mach was draus. Das war dein Jen. Meiner war der ersten 5. Irgendwas über die Hälfte. Ja, dann kommst du da und mach den fertig. Der ausrastet. Alter, halt die Fresse, du Schwein. Nein. Keine Paletten hier. Nein. Doch, hier ist meine. Da, Palette. Oh, Gottes Willen, ey. Schön während des Franklins. Drei Viertel hast du Adrenalin? Ja. Da musst du dich aber jetzt beilen. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Es kommt kein Sketch. Oh, nein. Das war's. Nein. Okay, warte, warte, warte. Schön neben dem Keller. Oh, gut gemacht. Riecht die schön. Wir gehen neben dem Keller. Wir gehen aber nicht in den Pornokeller, er hat was Schönes vor. Romantisch im Busch und so. Er hängt sich ins Grüne. Ja. Oh shit, du bist ja am Arsch der Welt. Ach, ich hab dir extra Zeit verschafft und so, ne? Die Pflanzen sind weg. Der Wunderbaum. Genau der, John. Ja, ich würd sagen, such dir ne Tür, geh raus. Genieß das Leben. Klö. Ah. Ah, wieder so viele Sachen. Oh shit. Das ist, äh, ungünstig. Ja, nö. Komm, dann gleich wieder. Ja, ist okay. Ich könnte mich jetzt auch einfach sterben lassen. Du nimmst schnell die Luke aus. Weißt du schon, wo sie ist? Ja. Pass auf, er kommt von euch. Was? Was war das gerade? Lass, 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 lass. Der segne uns gleich bei Dorn. Oh mein Gott, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr macht es aber spannend. Oh shit. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Nein, das ist alles zu. Lauf, 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 lauf. Okay, und jetzt? Jetzt kannst du wieder zurück. Ich runterholen. Ja, er kommt zu dir. Lauf zurück, lauf zurück. Lauf. Du weißt, Baruchy und Schilly und so. Ah ja, da ist sie ja. Oh ne, ich glaube das war es gleich. Er hat versucht runter zu springen, würde ich sagen. Hat er dich gesehen? Ja, der säbelt mich gleich um. Ist er bei dir? Ja, der säbelt mich gleich um, ja. Ja, shit. Hat sie mich verloren? Als ob ich die ehemals kriege. Also bei mir klappt es immer, wenn ich es gerade zufällig demonstrieren möchte, dass es nicht funktioniert. Nee. Okay. Der ist bei mir, der rennt jetzt wieder Richtung Ausgang. Ich hoffe zum gleichen, wo ich auch gerade war. Vielleicht kann ich dich wirklich noch unterholen. Nein. Nein. Na doch, musst du es schaffen. Ich habe gerade wieder Perception gehabt. Also die Herzkraft habe ich nicht. Der hat gerade wieder in unsere Richtung geguckt, der wird gerade herkommen. Gut, dann laufen wir jetzt beide irgendwo hin. Das ist ein Plan. Dankeschön. Okay. Ach, direkt in seine Arme. Geil. Escaped. Already? Das war im Haus gerade. Nee, der hat sie mich noch gesehen. Ach, die hübsche Prinzessin ist wieder hinter mir her. Das war schon schnell, ne? Yeah. Das war ein Fehler. Das war auch ein Fehler. Paulette, Paulette, rette mich. Ich glaube, es war völlig unnötig. Es ist mich trotzdem wieder hinter mir. Was? Oh, ist ein Lack. Alter, der Lack hat mich gerade richtig gesaved. Versuch mal ein Tor aufzumachen. Ja, mach mal. Aua. Also, aber irgendwann ist es mit den Lacks nicht mehr schön, ne? Nein. Nein. Ja. Ich bin jetzt an dem Tor, wo du glaube ich auch bist. Okay. Ja. Dann tschüss. Geh raus. Nein. Das ist noch nicht offen. Mach hinne. Geh raus. Ja, noch ein bisschen. Ah. Kannst du jetzt rauskriechen? Jaja, bestimmt. Vom Haken aus dann. Nee, dann nicht mehr. Lauf, Tina. So. Ja. Meine Hände ist wieder nicht aufgerissen. Aha. Schrecklich. Schrecklich. Einfach schrecklich. Hm. So. Ich glaube, dass das reicht heute. Ja. Mit Dead by Daylight. Mhm. Tja. Was noch schön mit dem Event sind schöne eklige Pflanzen überall. Aber. Naja. Na. Hm. Muss jetzt nicht sein. Nee. Würde ich mal sagen, bisschen Pause. Fünf Minuten oder sowas. Und dann. Genau. Machen wir weiter mit Seven Days. Bis dann. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, ich bin mal raus. Jip jip. Tschüss. Tschüss. Tschüss.